Feministische Außenpolitik ist eine Selbstverständlichkeit. Wer regiert Deutschland? Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln. Machtwechsel. Wir sind ja nicht in die Regierung eingetreten, um beliebt zu werden. Sie verlieren mittlerweile, Herr Bundeskanzler, den Bezug zur Realität in unserem Land. Machtwechsel. Mit Dagmar Rosenfeld. Und Robin Alexander. Was auch kommt, nimmt's nicht so sehr tragisch und schwer. Denn nichts ist leicht, was man erreicht. Es wird im Leben dir mehr genommen als gegeben. Zur Einstimmung hat diese Folge Machtwechsel mit einem ehrlichen Kaufmann begonnen. Dem Tenor Jonas Kaufmann. Weiter geht es mit dem unehrlichen Kaufmann. So hat zumindest Britta Hasselmann, die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, die FDP unter Christian Lindner bezeichnet. Der Grund? Die Liberalen haben den verabredeten Zeitplan für das Gebäude-Energie-Gesetz gesprengt. Von Arbeitsverweigerung der FDP sprach Hasselmanns Kollegin Katharina Dröge. Fakt ist, das Bundeskabinett hatte im April die Novelle des Gesetzes beschlossen. Lindner hatte eine Protokollnotiz hinzufügen lassen, in der es hieß, das Finanzministerium stimme dem Gesetz im Bewusstsein zu, dass die Fraktionen des Deutschen Bundestags im parlamentarischen Verfahren diesen Gesetzentwurf intensiv beraten und auch weitere notwendige Änderungen vornehmen werden. Nur zu diesen Beratungen ist es bisher nicht gekommen, weil die FDP der für diese Woche eigentlich geplanten ersten Lesung nicht zugestimmt hat. Was treibt die FDP? Was macht ihr Treiben mit der Koalition? Und was treibt Olaf Scholz um, dass er die FDP machen lässt? Um all diese Fragen geht es heute beim Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über den Haushalt 2024, der alles andere als ein bisschen ist und sich auch nicht von alleine macht, aber womöglich in einer Allianz zwischen Lindner und Scholz gemacht wird, der die Grünen außen vorlässt. Und wir sprechen über die Union, die mehr Patriotismus wagen will. Für all diese Themen gilt, was Jonas Kaufmann zu Beginn gesungen hat, Nichts ist leicht, was man erreicht. Oder um es mit einem anderen Kaufmann, dem von Venedig zu sagen, Wäre tun so leicht, als wissen, was gut zu tun ist, so wären Kapellen Kirchen geworden und armer Leute hütten Friedenspaläste. Dass es nicht aufgesetzt wird, ist aus meiner Sicht ein Wortbruch gegenüber der Vereinbarung, den wir nach dem Koalitionsausschuss getroffen haben. Und wir heißt die FDP-Partei, Fraktions- und Regierungsebene. Da steht klar drin, wir wollen diesen Prozess vor der parlamentarischen Sommerpause abgeschlossen haben. Das wird jetzt mit der Verschiebung nicht mehr möglich sein. Und ich nehme zur Kenntnis, dass die FDP sich nicht an das gegebene Wort hält an dieser Stelle. So Robert Habecks Reaktion, nachdem endgültig klar war, es wird in dieser Woche keine erste Lesung des Gebäudeenergiegesetzes geben. Dass der Bundeswirtschaftsminister gerne das große emotionale Besteck rausholt, das ist bekannt. Der Vorwurf des Wortbruchs an den liberalen Koalitionspartner ist allerdings ein gewichtiger. Die SPD jedenfalls hat sich ihnen nicht zu eigen gemacht. Robin, wer isoliert sich da gerade in der Koalition mehr? Die FDP mit ihrem Widerstand gegen die gemeinsamen Beschlüsse des Koalitionsausschusses und auch des Bundeskabinetts oder die Grünen mit ihren Reaktionen, die die grundsätzliche Handlungsfähigkeit der Ampel ja infrage stellen? Aus der jeweiligen Sicht haben beide recht. Also wenn die FDP sagt, dieses Gesetz geht so nicht, also selbst Christian Lindner sagt ja mittlerweile, das widerspräche den Regeln der Physik, dann kann man das natürlich nicht beschließen. Andererseits haben die Grünen recht in Personen von Robert Habeck, die sagen, dass von der FDP zugesagt wurde, das vor der Sommerpause zu beschließen. Also aus der jeweiligen Perspektive haben beide recht. Und wie soll das zusammenkommen jetzt, wenn beide recht haben, aber es keine Schnittmenge zwischen diesem Rechthaben gibt? Das müsste jetzt eigentlich an höherer Stelle aufgelöst werden, weil das war ja jetzt lange so ein Problem von Robert Habeck und seinem Staatssekretär und so weiter. Und dann war das so ein grüner, liberaler Infight. Aber jetzt erreicht das eigentlich in diesen Tagen, vielleicht auch in diesen Stunden, während wir das hier aufnehmen, eigentlich wirklich das Niveau einer richtigen Regierungskrise. Also das muss jetzt zeitnah geheilt werden, sonst kriegt da auch Olaf Scholz ein Problem. Und damit sind wir bei einem Klassiker fast schon in den vergangenen Wochen von Machtwechsel immer wieder die Frage, was macht denn Olaf Scholz jetzt gerade, während sich seine Koalitionspartner da öffentlichkeitswirksam zerlegen? Man hat das Gefühl, er schaut nur zu. Die SPD hat lange zugeschaut, auch Scholz. Und dann haben die eine Kommunikationsstrategie auf zwei Ebenen versucht. Die eine würde ich nennen die Kommunikationsstrategie Leslie Nielsen aus Die nackte Kanone. Man stellt sich vor irgendwie eine brennende Kulisse und ruft, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, hier gibt es nichts zu sehen. Und diese Rolle des Leslie Nielsen hat ja Lars Klingbeil gespielt, der überall erzählt hat, das wäre ein ganz normaler Vorgang, was da passiert, gar nichts Besonderes. Unter anderem hatte ich mich mit ihm ja bei Anne Wilder gestritten, weil er tatsächlich durchgezogen hat, alles ganz normal, alles ganz normal. So und die zweite ist das, was hinter den Kulissen gesagt wird, auch von Olaf Scholz persönlich. Scholz sagt, die Öffentlichkeit debattiert eigentlich noch den alten Greichen-Entwurf und der wäre, Klammer auf, tatsächlich Mist. Aber man habe ja schon ganz viel geändert und verbessert und das wäre ja jetzt der Entwurf, der dem Parlament vorlege. Und der wäre eigentlich okay. Den müsste man hier und da noch ein bisschen schrauben und dann wäre der okay. Aber das hat offenbar niemand der FDP gesagt, dass dieser Entwurf ja okay ist. Na, ich glaube, am Anfang hatten die Leute aus der FDP, die in der Regierung auch Verantwortung haben, auch versucht, diese Linie zu fahren. Das ist ihnen aber entglitten. Und mittlerweile sagen sie ja auch, der Entwurf, der aus dem Kabinett gekommen ist, ist ganz schlimm. So und damit können diese beiden sozialdemokratischen Kommunikationsstrategien erkennbar an ihr Ende gekommen. Auf den Punkt, wie die FDP sich zu diesem Gesetzentwurf verhält, da haben heute die Kollegen der Zeit was ganz Spannendes berichtet. Die erzählen nämlich, dass einen Tag, bevor dieser Gesetzentwurf im Kabinett dann beschlossen wurde, hat es ein Treffen im Kanzleramt gegeben, anwesend Habeck, Lindner, Gaiwitz und Scholz natürlich. Und bei diesem Treffen soll Lindner gesagt haben, im Grundsatz könne das Gesetz jetzt zur weiteren Beratung an den Bundestag übergeben werden. Und die Protokollnotiz, die brauche er eben für den anstehenden FDP-Parteitag. Und dann soll sein Ministerium auch noch ein Papier verschickt haben, in dem die Erfolge der FDP bei den Verhandlungen über dieses Gesetz aufgezählt wurden. Und darin soll gestanden haben, im Ergebnis ist es gelungen, in diesem Gesetz Technologieoffenheit, Wirtschaftlichkeit und soziale Ausgewogenheit als Leitplanken für den Klimaschutz im Gebäudebereich zu verankern. Also eigentlich alles gut, klang zumindest so. Jetzt aber findet die FDP den Gesetzentwurf so schlecht, dass sie ihn eben nicht in den Bundestag bringen will. Robin, was für eine Erklärung hast du für diesen Schwenk? Was du gerade geschildert hast, was die Kollegen der Zeit da aufschreiben, das muss man gar nicht im Konjunktiv referieren, das stimmt alles. Die Dokumente liegen ja vor und das ist alles verbürgt. Was ist da politisch passiert? Das ist die interessante Frage. Und ich würde sagen, da ist ein Mann passiert und dieser Mann heißt Frank Schäffler. Der war zuletzt prominent vor zwölf Jahren. Der Rebell war das, ne? Genau. Also daran kann sich niemand entsinnen und einige unserer Hörer sind wahrscheinlich auch zu jung, um das miterlebt zu haben. Aber es ist in diesem Kontext wichtig. Damals gab es die Euro-Krise und ein Euro-Rettungsschirm musste aufgespannt werden. Und der hatte den Nachteil, dass man vorher erzählt hatte, aus der schwarz-gelben Regierung, dass man das so nicht machen will. Musste aber getan werden und die FDP-Führung war an Bord, weil die FDP-Führung wollte ja Europa nicht auseinanderfliegen lassen. Und Frank Schäffler, der Rebell, sagte dann, das geht aber gar nicht und kam bis zu einer FDP-Mitgliederbefragung. Also die haben ein parteiinternes Referendum gemacht, ob sie bei diesem Euro-Rettungsschirm mitgehen. Und die Parteiführung musste richtig durchs Land ziehen und immer argumentieren, wir müssen das aber machen für Europa und so weiter und so fort. Und das wurde dann gewonnen. Und Frank Schäffler hatte seine paar Wochen Ruhm, aber es ging dann weiter. So, und jetzt hat Frank Schäffler zwölf Jahre später in der Jetzt-Zeit erkannt, dass das neue Euro-Rettung ist das Heizungsgesetz. Und er hat für diesen FDP-Parteitag einen Dringlichkeitsantrag eingereicht. Also das ist sozusagen, zeitlich liegt das in der Mitte zwischen einem Antrag, der alle Ortsvereine und sonst was durchlaufen hat und die Programmkommission und einem, was man spontan auf den Parteitag macht, sondern kommt halt ein paar Tage vorher und kam genau da, als Lindner eigentlich einschlagen wollte. Also Lindner wollte diesen Kabinettsbeschluss zu diesem Gebäude-Energie-Gesetz machen und sieht dann aber, oh, da kommt der Schäffler mit seinem Dringlichkeitsantrag um die Ecke. Und Lindner hatte Angst, den Parteitag zu verlieren. Er hat also das Gegenteil getan von dem, was die FDP-Führung in der Euro-Krise gemacht hat, nämlich jetzt müssen wir vernünftig sein und gegen unsere Parteireflexe und ziehen das durch, sondern er ist dem Kampf mit Schäffler ausgewichen, weil die haben ja diesen Dringlichkeitsantrag beschlossen. Also mit ein paar Modifizierungen und so weiter, ein bisschen runtergedimmt vom Ton, aber tatsächlich hat der Schäffler ja für seinen Dringlichkeitsantrag ein Mandat bekommen auf dem Parteitag. Der ist ja angenommen worden, leicht verändert. So, und das macht die Sache natürlich schwierig, weil Schäffler ist völlig mit sich im Reinen. Der hat vorher gesagt, dieses Gesetz ist eine Atombombe, dem darf man niemals zustimmen. Und so verhält er sich. Nur Lindner ist halt in der Bredouille, weil er hat auf dem Parteitag beschließen lassen, dass etwas nicht geht, was er im Kabinett drei Tage vorher durchgewunken hat und dachte, er hangelt sich mit der Protokollnotiz durch. Und das hat erkennbar nicht geklappt. Also erlebt Lindner gerade seinen Fisherman's Friend Moment? Ist Schäffler zu stark? Bist du zu schwach? Naja, er ist ja gar nicht in den Kampf gegangen. Also er hätte ja eigentlich auf den Parteitag gehen müssen und sagen müssen, Freunde, ich verstehe das, ich bin auch gegen Ökosozialismus, ich mag Habeck und Greichen auch nicht und so weiter, aber wir sind in der Ampel, wir müssen jetzt und es gibt die Klimakrise übrigens wirklich und jetzt müssen wir uns zusammenreißen und Staatsräson und so weiter und so fort. Und dann hätten die abgestimmt, hätten wir gesehen, wer gewonnen hätte. Dem Konflikt ist er ausgewichen. Und wie so oft in der Politik, Konflikten, denen man ausweicht, die holen einen dann ein und dann ist nicht schön. Genau, dann ist nicht schön und dann gerät jede Menge durcheinander, offenbar auch innerhalb der FDP und dafür spricht ja diese ganze Nummer mit diesem ominösen Fragenkatalog. Also FDP-Generalsekretär Bijan Disaray hat vor einigen Tagen angekündigt, es werde einen Fragenkatalog seiner Fraktion an Habeck geben. Und ich zitiere jetzt Bijan Disaray, die FDP-Fraktion hat noch rund 100 Fragen an Robert Habeck, solange die nicht beantwortet sind, können die Beratungen über das Gesetz gar nicht beginnen. Soweit der Generalsekretär. Dieser Fragenkatalog ist aber offenbar nie beim Bundeswirtschaftsministerium angekommen. Und jetzt sagen manche in der FDP, es gäbe auch gar keinen solchen Fragenkatalog, der in der FDP-Fraktion abgestimmt worden sei. Aber prominente Vertreter wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann haben noch am Dienstag erklärt. Nein, das wird vor der Sommerpause mit Sicherheit nicht geschehen können, denn es gibt über 100 Fragen, die wir gestellt haben. Wir brauchen Antworten, um das zu begleiten. So Strack-Zimmermann bei den Kollegen der Tagesthemen. Also offenbar weiß da in der FDP der eine nicht, was der andere tut. Lustigerweise, wir nehmen das ja am Donnerstag auf, Donnerstagmorgen hat die FDP nachgelegt, da hätte gesagt, jetzt hätten sie aber Fragen eingeschreicht, jetzt aber wirklich und zwar 113. Worauf Kollegen dann beim Wirtschaftsministerium nachfragten, ob die 113 Fragen eingetroffen wären und die Pressestelle des Wirtschaftsministeriums sagte, es wären Fragen eingetroffen, aber nur 77. Also können Sie bei der FDP nicht zählen? Nee, also da ist glaube ich auch, es gibt ja in der FDP-Fraktion noch eine operative Ebene, die tatsächlich dieses Gesetz bearbeiten will. Und das hat ja auch tatsächlich Schwächen, also die tatsächlich dieses Gesetz jetzt im parlamentarischen Verfahren besser machen will. Und es gibt Leute, die halt die Empörung reiten wollen und das Gesetz zu Fall bringen wollen. Und in diesem Spannungsfeld sind glaube ich diese Fragen entstanden, die nämlich einige Leute mit großem Appellon einreichen wollten und anderen Leuten war das etwas peinlich. Aber das sind ja alles Nebenschauplätze, das ist sozusagen die Schlagzeilen des Tages. Die große Frage ist, kriegen die das jetzt noch bis zum Sommer hin und wenn nicht, was dann? Werbung Neulich wieder zu hören bekommen, Aktien, Börse, Sparpläne, das ist nichts für mich. Ich verstehe ja nichts von Wirtschaft. Das ist die teuerste Ausrede, sich nicht um sein Geld zu kümmern. Bei 10% Inflation, da kannst du ja quasi schon in Echtzeit zuschauen, wie dein Geld an Wert verliert. Aber das Beste ist, um sein Geld clever anzulegen, da musst du kein Diplom in Wirtschaft haben. Aber vielleicht solltest du reinhören bei Defner und Zschäpitz. Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz. Wir streiten als Bulle und Bär jede Woche um die Wahrheit. Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Werbung Ende. Was dann? Dann muss es eigentlich nochmal einen Koalitionsausschuss geben, weil tatsächlich ja eingehaltene Vereinbarungen nicht erfüllt wurden. Mich erinnert das an etwas wirklich, das klingt jetzt sehr weit davon entfernt. Erinnerst du dich noch an das Betreuungsgeld, schrägstrich die böse Herdprämie? Und wie? Und da gab es ja tatsächlich, das waren die guten alten schwarz-gelben Zeiten. Und die waren ja auch sehr bekannt für einen, sagen wir mal, sehr besonderen Umgang in dieser Koalition miteinander. Und wenn wir jetzt mal weit ausholen oder ein bisschen überspitzen, dann könnte tatsächlich, was für die Ampel die Heizwende ist, das sein, was damals das Betreuungsgeld war. Aber Robin, die haben ja einen neuen Politikstil in der Ampel versprochen. Und eigentlich fühlt sich das gerade alles ziemlich alt an, oder? Aber sagen wir mal, wenn jetzt Robert Habeck in völliger Verzweiflung über die FDP überlegt, wie konnte Horst Seehofer damals die Herdprämie durchsetzen gegen eine zickige FDP und einen ignoranten CDU-Koalitionspartner. Also wenn Habeck jetzt das Seehofer-Playbook rausnimmt, dann steht da der Meister-Move drin, weil Seehofer sagte irgendwann, ich habe die Faxen dicke. Ich komme überhaupt nicht mehr in Berlin und wir beschließen gar nichts mehr, bis ihr das Betreuungsgeld schräglich die Herdprämie einführt. Also die CSU stellt sich sozusagen bockig. Und tatsächlich, damit hat das dann geklappt, weil dann ging ja gar nichts mehr. Und so nach dem Motto dann, egal ob Euro-Rettung oder Bundeswehreinsatz, bis hier die Herdprämie auf dem Tisch liegt, machen wir gar nichts mehr. So, wenn jetzt Habeck in diesen Seehofer-Modus fiele, dann macht die Ampel ein paar Wochen gar nichts, bis die FDP beidrehen. Naja, es gibt ja zumindest schon erste Drohungen bei den Grünen, dass man sagt, also wenn wir hier mit dem Gebäudeenergiegesetz nicht weiterkommen, dann könnt ihr euren Autobahnausbau und solche Dinge aber auch komplett vergessen. Ja, es ist noch schlimmer, dass tatsächlich flirten die Grünen mit der Idee, die Infrastrukturmaßnahmen zu boykottieren. Und die FDP hat eine Unterkampagne aufgesetzt. Damit wäre auch der Wiederaufbau des Ahrtal gefährdet. Gott, also hier, das ist wirklich, es wird bald dahin kommen, wenn ihr nicht zustimmt, erschießen wir einen Hund oder irgendwie sowas. Oder wir halten so lange die Luft an, bis ihr Ja sagt. Ja, das wäre Seehofer, das wäre Seehofer. Aber das klappt dann. Aber wenn man jetzt mal noch den Blick auf die Grünen wirft und vor allem auf den Armen. Als Fortschrittskoalition gesprungen, als Horst Seehofer gelandet. Oh Gott, Robin. Lass uns mal kurz auf den Ernst der Lage zurückkommen und uns nochmal die Grünen und Robert Habeck anschauen. Also, nach der gescheiterten Gasumlage, das hat man ja auch schon fast wieder vergessen, dass er sich mal für eine Gasumlage eingesetzt hat, die dann in ihr Gegenteil verkehrt wurde, nämlich in eine Gaspreisbremse. Nach diesem ganzen reichen Desaster braucht Habeck und brauchen auch die Grünen einen Erfolg. Und ich finde, sie haben ja selbst dafür gesorgt, dass jetzt der Maßstab für den Erfolg ist, ob dieses Gebäudeenergiegesetz noch vor der Sommerpause durch den Bundestag geht, ja oder nein. Jetzt gibt es aber selbst in der eigenen Partei sehr prominente Zweifler. Also zum Beispiel der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er hat auf die kommunale Wärmeplanung hingewiesen und die steht ja, um es schön auszudrücken, noch ganz am Anfang befindet sich im Aufbau. Und Kretschmann hat gesagt, das ist vielleicht ein Grund, den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes nochmal zu überprüfen, damit zumindest die großen Städte solche Wärmeplanungen unverzüglich machen können. Und er fürchtet, dass sonst etwas in Gang gesetzt wird, das sich später als nicht gut oder nur schwer praktikabel erweist. Robin, wenn man solche Stimmen hört, hat sich Robert Habeck da verrannt? Ich finde dieses Argument mit der kommunalen Wärmeplanung total plausibel, ohne wirklich viel von diesem Bereich zu verstehen. Weil in dem Gesetz steht ja, wenn deine normale Heizung oder deine Standardheizung, die du hast, kaputt geht, dann musst du halt so eine Wärmepumpe einbauen, außer du kannst nachweisen, dass du bald an so ein kommunales Wärmenetz angeschlossen bist. Dafür musst du aber einen finden, der dir das ausstellt, also der dir sozusagen ein offizielles Dokument macht, wir bauen hier jetzt das auf und schließen Frau Rosenfeld daran an. Und wenn die Kommunen diese Planung nicht fertig haben, ist das natürlich relativ schwierig. Deshalb fand ich dieses Argument von der Sache her immer schon geboten. Politisch scheint mir nur die Frage, wann sind die denn alle damit fertig? Weil wenn man jetzt sagt, wir warten, bis die letzte Kommune das gemacht hat und sprechen uns in zehn Jahren wieder, das erscheint mir ein bisschen spät. Genau das ist das Dilemma. Also Experten sagen, bis das für überall in Deutschland klar ist, sind das einige Jahre, die ins Land ziehen werden. Und da haben die Grünen natürlich einen Punkt. Ja, ich habe das Habeck damals gefragt, vor ein paar Wochen, als ich bei ihm war. Also weil ich ihm gesagt habe, wenn man jetzt mal abschichtet, politische Argumente und Sachargumente. Und er sagt, in einer idealen Welt müsste man natürlich warten, bis die kommunalen Wärmenetze fertig sind. Und so haben das auch die Skandinavier gemacht. Aber das wäre bei uns verklüngelt worden in der Großen Koalition. Und nun habe man angesichts der Fortschreiten des Klimawandels nicht mehr die Zeit, darauf zu warten. Ich paraphrasiere jetzt Habecks Argumentation. Aber das ist ja auch eigentlich das Neue an diesem Streit. Die Grünen argumentieren ja unter diesem Eindruck des krassesten denkbaren Zeitdrucks. Also die Grünen sagen sich intern, eine langsame Maßnahme kann nicht mehr richtig sein. Es muss alles so schnell wie möglich, weil wir halt unser CO2-Budget aufbrauchen und so weiter und so fort. Und unter diesem Mindset, also wenn wir jetzt nicht ganz schnell etwas tun, geht die Welt unter, ein bisschen zugespitzt von mir formuliert, fallen einem natürlich wahnsinnig solche Zugeständnisse schwer. Du hast es jetzt zugespitzt formuliert mit dem Weltuntergang. Aber was es ja tatsächlich gibt, sind selbst gesetzte Klimaziele, die bis 2030 und dann 2045 erreicht werden sollen. Ich wollte das gar nicht ironisieren. Ich wollte nur die Dramatik deutlich machen, unter der diese Leute argumentieren. Und wenn du dir jetzt anguckst, im Verkehrssektor passiert erstmal nichts, muss man ehrlicherweise sagen. Dann ist es vor allem der Gebäudesektor, der jetzt zumindest was liefern muss. Und ich finde, da haben die Grünen wirklich einen Punkt zu sagen, wir müssen jetzt mal ins Doing kommen. Schwierig wird es halt nur, wenn Doing und Realität und Machbarkeit nicht zusammengehen. Ja, jetzt stellen wir uns doch mal vor, da wir ja schon besprochen hatten, was wäre, wenn Habeck den Seehofer machen würde. Überlegen wir doch mal, was würde passieren, wenn Habeck den Lindner machen würde oder den entschlossenen Liberalen. Also Habeck würde sagen, ihr habt jetzt so lange hier rumgemeckert an meinem Verbotsgesetz. Dann machen wir eben kein Verbotsgesetz, sondern gehen tatsächlich über den Preis. Dann machen wir den CO2-Preis, Klammer auf, den ihr gerade auf eurem FDP-Parteitag beschlossen habt, vorzuziehen. Dann machen wir einen knallharten CO2-Preis ab 1. Januar. Und dass das kommen wird, ist wohl ausgeschlossen. Denn Christian Lindner hat trotz FDP-Parteitagsbeschluss erklärt, eine Ausweitung des CO2-Preises schon ab 2024 sei nicht möglich. Im Hinterzimmer Olaf Scholz und Christian Lindner sollen an einem Plan arbeiten, um eine Lücke von 20 Milliarden Euro im Haushalt 2024 durch Ausgabenkürzungen in allen Ressorts zu schließen. Mit Ausnahme des Verteidigungsbereichs. Und bei diesen Überlegungen sind die Grünen außen vor. Robin, hier droht dann wohl schon wieder der nächste Koalitionsstreit. Das mit dem Haushalt, das wird wöchentlich interessanter. Die Hörer erinnern sich ja vielleicht, die Haushaltseckwerte wurden schon einfach nicht erstellt. Und jetzt hat Lindner durchblicken lassen, dass er auch den anvisierten Termin eines Kabinettsentwurfs nicht halten will. Der wäre nämlich am 21. Juni gewesen. Da hätte er seinen Haushalt im Kabinett einbringen müssen. Jetzt hat er einen neuen Zielpunkt, 5. Juli. Das ist aber wirklich fast letzte Chance, weil 7. Juli beginnt die Sommerpause. Also mit Zeitplänen haben Sie es nicht so in der Ampel. Kann natürlich auch ein Trick sein. Ich meine, wenn man einen Haushalt vorlegt, wo man sparen will, also eine Menge Leute wehtut. Und das macht man zwei Tage, bevor alle Abgeordneten und alle Journalisten und auch alle normalen Bürger an Strand fahren und keinen Bock mehr auf Politik haben. Kann es sein, dass man so ein bisschen der Empörung die Spitze nimmt. Aber ist das nicht vielleicht auch ein Moment, wo die Grünen im Kabinett rebellieren werden? Und es zumindest eine Protokollnotiz vielleicht von Herrn Habeck dann geben wird zu diesem Haushaltsentwurf? Wir kennen den ja noch nicht. Den kennt niemand. Letzte Woche gab es eine sehr interessante Geschichte im Spiegel von einem Kollegen, der schon lange über das Finanzministerium berichtet. Da stand drin, die machen eine globale Minderausgabe. Das ist so etwas, du trägst einfach ein dickes Minus ein und guckst dann, was du darunter fasst. Da stand, jedes Ministerium soll so zwei bis drei Prozent einsparen, aber nicht alle proportional gleich und auch nicht bei Investitionen. Und das war eine Geschichte, da stimmte, glaube ich, vieles, obwohl sie vom Finanzministerium dementiert wurde, aber noch nicht alles. Also was da kommt, wissen wir immer noch nicht. Aber es gibt da offenbar einen engen Schulterschluss zwischen Scholz und Lindner. Das ist interessant, weil Christian Lindner ist da so ein bisschen von Sozialdemokraten eingerahmt. Also er ist der Finanzminister. Sein Chef ist der Kanzler, der aber gerade noch selbst Finanzminister war und sich persönlich auch für den erfolgreichsten Finanzminister der Galaxis hält. Und der Haushaltsstaatssekretär, der also die Arbeit tut, ist ein weiterer Sozialdemokrat. Der heißt Werner Gatzer, ist das schon seit, glaube ich, 16 Jahren, also war es auch bei Schäuble und ist so der Mann, der wirklich alles weiß, wie man einen Bundeshaushalt macht. Und der tut das zum letzten Mal. Der muss also keine großen Rücksichten mehr nehmen. Also hat man da einen Christian Lindner eingerahmt zwischen zwei selbstbewussten Sozialdemokraten. Und eingerahmt zwischen SPD und Grünen, die ja das Sparen nicht so großartig finden und die als Idee, wie man den Haushalt etwas auffrischen könnte, Steuererhöhungen haben. Werden wir diese Debatte jetzt nochmal wiederbekommen? Die klassischen Steuererhöhungen, die sich Saskia Esken und Kevin Kühnert wünschen, die glaube ich nicht. Aber man könnte ja über etwas anderes nachdenken. Also es fehlt eine Menge Geld, 20 Milliarden, sagt Olaf Scholz immer. Und die müssen irgendwie reinkommen und durch diese Kürzungen in allen Ressorts außer Verteidigung, ob jetzt Rasenmäher oder nicht, kommt man nach internen Schätzungen vielleicht auf die Hälfte oder ein bisschen mehr, aber nicht auf alles. Aber es gibt ja Subventionen und es gibt auch nicht ökologische Subventionen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Diesel wird nicht mehr so hoch subventioniert wie jetzt, dann kann man als FDP sagen, das ist eine Steuererhöhung, so haben wir nicht gewettet, das wollen wir nicht. Man könnte aber auch sagen, einheitliche Steuersätze sind ja für so einen klaren, rationalen Staat auch nicht das Schlechteste. Mit Wiederauferstehung kennen sich Christen aus. Und Wiederauferstehung feiert nun in der christdemokratischen Partei die Idee der Leitkultur. Sie heißt jetzt Bundesprogramm für Patriotismus. Und ein solches zu entwickeln, das fordern CDU und CSU nun von der Bundesregierung. Robin, angesichts einer erstarkenden AfD, ist das die Antwort der Union, um dem nationalistischen Gehabe der Alternativen etwas entgegenzusetzen? Also immerhin hat Friedrich Merz ja mal angekündigt, er wolle die AfD halbieren. Ist das jetzt der Weg dahin? Schon bei deiner Frage leuchten bei mir ganz viele Warnlampen. Warum? Was bringe ich in dir zum Leuchten, Robin? Erzähl. Naja, einmal Patriotismus und Nationalismus sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ich habe ja auch der CDU nicht unterstellt, dass sie Nationalistisches möchte, aber mit einem gesunden Patriotismus nationalistischen Auswüchsen bei der AfD entgegenwirken. So. Naja gut, dann haben wir das ja schon mal klar. Und zweitens, ich verstehe auch nicht, warum ist es die Exklusivaufgabe der CDU oder noch stärker, dieses einen Mannes Friedrich Merz, die AfD zu schrumpfen? Also wäre das nicht etwas, was dem ganzen demokratischen Spektrum auferlegt wäre? Da geht aber jeder seinen eigenen Weg. Also die SPD hat es ja lange versucht, mit bloß nichts, was auch nur annähernd Zustimmung von der AfD bekommen könnte, in irgendeiner Form anzugehen, selbst wenn es sinnvolle Projekte sind. Und die CDU versucht jetzt diesen Weg. Das sagst du. Ich glaube auch, dass du ein Stück weit recht hast, weil es ist eine emotionale, offene Flanke entstanden bei der Union. Das kann man ganz plastisch greifen. In AfD-Kreisen kursiert immer noch dieses legendäre Video vom Wahlabend 2013. Die Union hat gewonnen. Die CDU stehen kurz vor der absoluten Mehrheit gefühlt. Und auf der Bühne des Adenauerhauses freuen sich alle und schwenken so kleine Deutschlandfähnchen. Und da ist der Fraktionsvorsitzende Volker Kauder und der Generalsekretär Hermann Gröhe und die schwenken so kleine schwarz-rot-goldene Fähnchen. Und dann kommt Merkel auf die Bühne und sammelt die Fähnchen ein und packt die richtig indigniert weg. Also Merkel wollte nicht, dass auf der CDU-Feier schwarz-rot-gold geschwenkt wird. Und das ist heute noch ein Ding, mit dem die AfD mobilisiert. Merkel hat das selber erkannt, dass das eine blöde Szene war. Die haben dann auch später die Farben in Wahlkämpfen, die bei der CDU vorher orange waren, ausgewechselt zu schwarz-rot-gold. Hat aber alles nichts geholfen. Also dass man sozusagen einen positiven Patriotismus einerseits hat, sozusagen dass man da eine emotionale Lücke nach rechts füllt. Andererseits, und das schreibt die CDU auch, finde ich fast noch interessanter, dass man Leuten, die hier sind mit Migrationshintergrund, ein Identifikationsangebot macht. Ich kann an dieser Idee nichts Skandalöses finden. Diese Idee ist ja nun nicht neu. Friedrich Merz hat sie 2000 das erste Mal aufgebracht und eine entsetzte Debatte in diesem Land ausgelöst mit seiner Idee einer deutschen Leitkultur. Und die CDU hat es ja immer wieder versucht. Jetzt aus der Opposition heraus ist es natürlich ein bisschen einfacher, so etwas einzufordern, weil man nicht ins Umsetzen kommt. Das wäre jetzt nun Sache der Ampel. Aber ich erinnere zum Beispiel an Thomas de Maizière, der 2017 10 Punkte für eine deutsche Leitkultur formuliert hat. Aber es ist ja nie was Konkretes draus geworden. Doch, es ist wie immer in der Politik, ist es nicht 100 Prozent geworden, aber auch nicht 0 Prozent. Also die Debatte Leitkultur versus Multikulturalismus, das sind ja sozusagen die Gegenbegriffe, die ist nicht 10 zu 0 für Multikulti ausgegangen. Also ein Beispiel, Teil dieser Leitkultur-Debatte vor 25 Jahren war, alle Kinder, die in Deutschland aufwachsen, sollen Deutsch lernen. Ist heute eine Banalität. Man käme gar nicht darauf, dass jemand was dagegen haben könnte. Als die Union und andere das vor 25 Jahren forderten, brach ein Sturm der Empörung in linksliberalen Medien. Das wäre Germanisierung und es wäre doch viel schöner, wenn es viele Sprachen gäbe und so weiter und so fort. Also da, wie immer, im politischen Kampf setzt sich der eine mal durch, der andere und wenn es gut läuft, kommt man gemeinsam auf eine höhere Ebene. Jetzt geht es der Union ja vor allem um Verfassungspatriotismus und das ist ja ein ganz spannender Aspekt, Robin. Das fand ich auch super interessant. Die versuchen, dieses Patriotismus aufs Grundgesetz zu ziehen und schlagen vor, der 23. Mai soll ein Gedenktag werden, wo auch in der Öffentlichkeit was gemacht wird. Und dass die CDU zu diesem Verfassungspatriotismus findet, ist gar keine selbsterklärende Sache. Also der Begriff kommt von Dolph Sternberger, ist aber doch in der bundesrepublikanischen Denktradition mit Jürgen Habermas verbunden. Also Habermas, der Vertreter der Frankfurter Schule, der von ganz weit links außen kommt, dann sozusagen ins Hegemonial, gemäßigt Linke gefunden hat, der hat diesen Verfassungspatriotismus stark gemacht, gerade auch in Abgrenzung zu traditioneller deutscher Vaterlandsliebe, die da irgendwie deutscher Wein und deutsche Mädels und deutscher sangen. Und dass die CDU jetzt auf das geht, auf diesen Verfassungspatriotismus, das ist wirklich eine interessante Entwicklung. Und die Fahne, die Angela Merkel einst Hermann Gröhe weggenommen hat, von der möchte jetzt die CDU, dass sie die ganzjährige Sichtbarkeit erhöht wird. Also nationale Symbole sollen im öffentlichen Raum viel präsenter sein. Insbesondere die Bundesflagge heißt es. Und sie möchten, dass die Nationalhymne häufiger bei öffentlichen Anlässen gesungen wird und wieder fester Bestandteil des deutschen Liedguts wird. Dagmar, du hast ja schon dieses Angebot ausgeschlagen und wieder mit einem obskuren Schlager begonnen, obwohl diese Folge doch danach geschrien hätte. Ich habe mit Opa begonnen. Dagmar, bitte. Aber Robin, wenn du möchtest, dass in dieser Folge die Nationalhymne gesungen wird, dann könntest du, weil das letzte Wort hast du jedes Mal, könntest du dieses Mal, anstatt es zu sprechen, singen und aus einem Auf Wiederhören ein schönes Lied auf unser Land singen. Auf Wiederhören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.